Ich versuche seit sieben Tagen eine simple Aufgabe zu lösen. Eine Waffe zu finden, die gegen die Feuer-Shotgun ankommt. Wer die Feuer-Shotgun noch nicht kennt, mit der Waffe kriegst du sogar Kills, wenn du einfach nur deinen Kopf auf den Controller haust. Nachdem wir einige Hip-Fireballs ausprobiert hatten, sagte Mike plötzlich... Meine Snake-Kimpos haben zum Beispiel selbe Einzugskill. Und lasst es mich so sagen, es funktioniert. Denn im Gegensatz zu Feuer-Shotgun sind diese Teile schnell, sehr schnell. Hier ist der Loadout und an alle, die die Shotgun nutzen, ihr seid kleine...